Die Top 5 Mottensichere Behälter – perfekter Schutz für Ihre Kleidung Ich liebe diese Vorratsdosen von Gomae. Sie sind perfekte Organisatoren für meine Küche und ich kann sie für alle Arten von Lebensmitteln, wie Müsli, Mehl, Kaffeebohnen, Cornflakes und Spaghetti verwenden. Der Deckel schließt luftdicht ab, sodass die Lebensmittel frisch bleiben und der Inhalt auch leicht zu erkennen ist. Mit vier verschiedenen Größen ist für jede Menge genug Platz vorhanden und sie sind auch leicht zu stapeln und aufzubewahren. Die Qualität des Plastik ist ebenfalls sehr robust und langlebig. Eine klare Empfehlung für alle, die eine platzsparende und ordentliche Küche haben möchten. Ich bin begeistert von den Gomae Vorratsdosen. Das Set enthält 16 verschiedene Größen, perfekt für alle Arten von Lebensmitteln. Die Luftdichtigkeit hilft, die Haltbarkeit meiner Lebensmittel zu verlängern. Die Plastikbehälter sind sehr robust und einfach zu reinigen. Ich benutze sie für Müsli, Mehl, Kaffeebohnen und Cornflakes und sie halten alles frisch und knusprig. Die Dosen sind auch stapelbar, was viel Platz spart. Ich empfehle das Produkt auf jeden Fall für alle, die nach einer praktischen und langlebigen Aufbewahrungslösung suchen. Ich benutze das Vivares Vorratsdosen-Set seit einigen Wochen und bin sehr zufrieden damit. Die Dosen sind luftdicht verschließbar und halten meine Lebensmittel somit frisch. Besonders praktisch finde ich, dass ich das Set für verschiedene Lebensmittel nutzen kann, da es aus 12 Behältern besteht. Die Verarbeitung ist hochwertig und auch die Reinigung geht schnell und einfach. Das Set ist zudem BPA-frei, was für mich als gesundheitsbewusste Person wichtig ist. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung für alle, die Wert auf eine praktische und hygienische Aufbewahrung ihrer Lebensmittel legen. Ich habe das Clip IT Plus Frischhalte-Dosen-Set gekauft und ich bin begeistert von der Qualität und Funktionalität. Diese luftdichten und stapelbaren Vorratsdosen sind perfekt zum Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühl- oder Gefrierschrank. Der BPA-freie Kunststoff ist absolut sicher für die Gesundheit und die dichten Deckel verhindern das Auslaufen von Flüssigkeiten. Die Größe von 3,35 Litern ist genug für viele Lebensmittel und das Set von drei Stück ist sehr praktisch. Mein Küchen- und Haushaltsleben wurde durch diese Vorratsdosen erleichtert und ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin absolut begeistert von den Bormioli Fidugläsern mit Bügelverschluss. Die luftdichte Konservierung durch den Gummi-Ring sowie den Drahtbügelverschluss funktioniert einwandfrei und meine eingemachten Lebensmittel bleiben so lange frisch und lecker. Das sechsteilige Set ist praktisch und die Füllmenge von 1,5 Litern ist perfekt für größere Mengen. Sie sind auch sehr robust und leicht zu reinigen. Kann diese Einmachgläser nur empfehlen für alle, die gerne ihre eigenen Lebensmittel konservieren. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.